Hallo Leute draußen, hier ist dein Semmel Wanderer. Ihr werdet es nicht fassen, aber ich bin bereit, euch heute positive Nachrichten zu geben. Tatsächlich, ihr habt richtig gehört, positive Nachrichten. Ich will einfach ein bisschen Tagespresse zusammenfassen und Dinge, die ich gehört habe, um euch zu sagen, es könnte sein, dass wir auf einer guten Welle gerade reiten und dass das Ganze vielleicht eventuell in eine positive Richtung für uns kippt. Das ist ein Anzeichen dafür oder viele Anzeichen, das ist nicht sicher, aber mein Gefühl sagt mir, dass sich etwas bewegt. Also zum einen können wir verzeichnen, dass wir immer mehr Spaziergänger haben, dass immer mehr läuft in Deutschland. Das ist schon mal ein gutes Zeichen an sich, was wir aber schon länger haben. Dann, was mich positiv stimmt, sind verschiedene Schlagzeilen. Ich werde mal mit euch ein paar angucken. Also übrigens so nebenbei, großartig, ne? Staatsanwaltschaft im Mittel gegen Grünen-Forschern. Aber das ist eigentlich nur so großartig, nicht direkt im Zusammenhang mit den Dingen, die ich eigentlich meine. Denn mit der C-Krise zusammen, da finde ich das hier interessant. Johnson erklärt Corona-Pandemie für beendet. Sieht, trotz eines deutlichen Rückgangs sind die Corona-Fallzahlen in Großbritannien nur weiter hoch. Dennoch hält Premierminister Johnson die Pandemie für überwunden. Zunächst sollen etwa Impfnachweisen, Masken vielleicht später sogar die Isolation ganz wegfallen. Schön. Ich will doch gar nicht tiefer einsteigen. Gutes Zeichen, dass direkt im Ausland, direkt neben uns, Leute es anders machen. Hm, es geht also schon. Dann hatten wir noch was. Dann, wir haben natürlich hier die übliche Propaganda, das ist klar. Aber, streg geklärt Ablehnung der Impfpflicht. Auch interessant, keine sterile Immunität möglich. Hm, auch ein schönes Ding. Ja, es gibt also immer mehr Kritik. Dann gibt es wohl bei den Impfstoffherstellern fallende Börsenkurse. Frei nach dem Motto, die Börse ahnt schon, das mit einem ganz großen Geschäft wird jetzt doch nicht mehr so. Auch ein schönes Zeichen. Dann, gerecht in Bayern gibt es 2G-Regeln im Einzelhandel. Ah, auch hier, ja, ich glaube, wenn ich es richtig gelesen hatte, hat Söder unsauber gearbeitet. Und deshalb wurde das gekippt. Gute Nachrichten. Hervorragend, ja. Also, das sind ein paar kleinere Sachen, die super sind. Was haben wir noch? So, irgendwo hatte ich noch ein paar gute Sachen. Dann, ich habe, ach, hier, genau. Tschechien kippt beschlossene Impfpflicht. Da gucken wir doch mal zusammen rein. Nochmal ein bisschen genauer. Auch eine super Nachricht. Auch in Europa. Und wir sehen, es geht also anders. Was ist da genau passiert? Gehen wir mal rein. Ging um eine Impfpflicht hier für Senioren in bestimmten Berufsgruppen. Das ist natürlich keine allgemeine, scheinbar. Aber dennoch wurde beschlossen, jetzt die Kehrtwende. Begründung, Gräben in der Gesellschaft. Super. Ja, also, das sind Zeichen, dass hier eventuell was kippt. Das macht mir sehr, sehr viel Mut, muss ich gestehen. Darauf kann man hoffen. Dann gibt es eine ganze Menge Kritik. Gassen, ja, von der Kassenärztlichen Vereinigung. Hat eine Kampfansage gemacht, quasi gegen Lauterbach. Guck mal, ob ich das hier irgendwo habe. Schauen wir mal. Dann davon abgesehen natürlich, wie üblich, bei unseren Behörden ist Chaos. Die kriegen es halt nicht hin. Aber, haben wir das hier irgendwo? Ich habe es heute geteilt mit Gassen. Sorry, egal, ihr könnt es mir auch so glauben oder auf meinem Telegram-Kanal nachgucken. Gassen hat quasi eine Kampfansage gemacht, hat gesagt, so ungefähr, jetzt im übertragenen Sinne, die Ärzte sind nicht dafür da, staatlichen Zwang umzusetzen. Ja, und das ist auch gut so. Das ist auch richtig so, weil Hypokratische Eid, etc. Also, da gibt es eine Menge, was dagegen spricht. Nürnberger Kodex und so weiter, ihr kennt das. Und das hat Gassen auf den Punkt gebracht. Das finde ich interessant. Natürlich spricht Gassen nicht für alle Ärzte. Da muss man ehrlich sein. Es gibt eine Menge Ärzte, die mitmachen und viel Geld damit verdienen und sich wahrscheinlich ein kleines Häuschen damit hinstellen, mit der Kohle, die sie jetzt verdienen oder verdient haben. Aber trotzdem, das sind gute Sachen. Natürlich läuft die Propaganda hier auf Hochtouren weiterhin, muss man auch sagen, ganz klar. Aber ja, ich glaube, hier bewegt sich was. Und all diese Nachrichten zusammen senden für mich ein positiver Signal. Lauterbach hat auch gesagt, das Ganze müsste bis Ende April, Mai mit der Impfpflicht umgesetzt sein. Das ist noch lange hin. Da ist noch viel Zeit. Das heißt, ich glaube, man hat erkannt, hier ist Widerstand. Es gibt so viele Spaziergänge, etc. Und man versucht jetzt, die Sache nach hinten zu schieben. Das ist nicht aus den Augen, aus dem Sinn. So ist es nicht. Die versuchen wahrscheinlich im Herbst die ganze Sache zurückzuringen, in einer neuen Welle, in einer neuen Variante. Aber wahrscheinlich versuchen sie erst mal einen strategischen Rückzug und dann versuchen sie es später nochmal. Das, was sie immer machen, das kennen wir ja. Das heißt, für uns bedeutet das, über Frühjahr und Sommer am Ball zu bleiben. Aber das sind erstmal, ja, denke ich, gute Indizien dafür, dass was passiert, sage ich mal. Und das, diesen Verdachten wollte ich einfach mal mitteilen, dass ich das so erahne. Und natürlich kann ich mich irren, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Weiter so. Bitte jeden Montag mehr. Und warum eigentlich nur montags? Man kann es auch mal an anderen Tagen machen. Die Polizei musste sich nicht immer Montag hinstellen. Könnten ja auch mal Donnerstag gehen oder so. Alles schöne Möglichkeiten. Und die ganzen hässlichen Dinge, wie Gewalt gegen Spaziergang etc., die ganze Propaganda, die kommt im Zweifelsfall gegen die Masse an Menschen nicht an. Und dann haben wir hier noch eine Geschichte. Hatte ich ja eben zwar gesagt, ich möchte es nochmal explizit trotzdem aufrufen hier, er kündigt nicht nur Corona im Endstadium an, sondern, das klang ist komisch, ich weiß, also das Ende von Corona, so meine ich es. Aber ich möchte nochmal einfach sagen, nochmal drauf eingehen, explizit Maskenpflicht ist zu Ende auch. Ist ja unfassbar. Wenn ich mir angucke, die armen Kinder und wie sie alle Maske tragen und ja, keine Maske. Es geht also doch. Und die Schweden leben auch noch alle. Also von daher, in diesem Fall habe ich euch einfach nur mal positive Gedanken beibringen wollen. Das sind meistens meine schlechten Videos. Positive Gedanken mag irgendwie keiner. Aber von daher, ja, bleibt mir gewogen. Bleiben wir am Ball. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Kommt nochmal in zwei Kanal Wandernder Wolf. Kommt auf den Alone Wanderer, auf den Gätterer, natürlich auf Telegram, den Telegram, den einsamen Wanderer. Und ja, wer demnächst das Resilienzseminar oder Webinar am 2.2. machen will, der komme auch in Wandererswebinare. Dann werde ich mal, vielleicht morgen schon, muss ich mal gucken, ob ich es schaffe. Noch genauere Infos geben. Im Augenblick habe ich nur die Werbung geschaltet. Und Inhalte und Kosten, die ich für die Telegram-Leute aber low budget machen werde, die kommen dann noch in der Gruppe zum Tragen. Da könnt ihr also nachgucken. Bleibt mir gewogen. Auf bald. Und Glück auf. Wir schaffen das. Oh Gott. Sollte ein positiver Abschluss sein, aber mit wir schaffen das geht es nicht. Wartet, wir spulen nochmal zurück. Alles wird gut. Besserer Abschluss. Besserer Abschluss. Besserer Abschluss. Besserer Abschluss. Besserer Abschluss. Besserer Abschluss.